Wenn Sie genau aufgepasst haben, ist Ihnen natürlich aufgefallen, dass noch ein Teilnehmer oder eine Gruppe, eine Formation aus Deutschland fehlt. Aber auch die haben wir natürlich für Sie heute Abend im Gepäck. Gegründet im Jahr 1964 gehören Sie schon zu den traditionsreicheren Orchestern. Und Sie haben es gerade aktuell geschafft, durch eine hervorragende musikalische Ausbildung auch wieder junge Leute neu ins Orchester zu bringen. Die Intentionen der Musikerinnen und Musiker sind dabei nicht wie bei vielen anderen Orchestern, die auf Wettbewerben und Weltmeisterschaften vorne mit dabei zu sein, sondern man möchte mit allerhöchster musikalischer Qualität und höchster Spielfreude hauptsächlich für Sie das Publikum auf der Fläche stehen. Und das werden Sie bei der nun folgenden Darbietung ganz bestimmt merken. Ich bin mir sicher, dass der Funke von der ersten Sekunde an überspringen wird. Begrüßen Sie nun aus der Nähe von Hannover das Trompetershowchor Leinegarde unter der Leitung von Jan Hasenbank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020